Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesdaro am 30. Oktober 2017 Wir sollen heute die Frage stellen, was bestrahlt die Sonne gerade in unserem Leben, weil da haben wir Erfolg oder mehr Klarheit. Und wenn wir Klarheit bekommen über etwas, dann können wir besser planen, orientieren. Sonne bedeutet auch Erfolg, Optimismus, aber auch Lebenskraft und auch Lebensfreude. Das bedeutet natürlich auch Offenheit. Wir können offen mit jemandem kommunizieren. Aber Sonne bedeutet auch, wenn wir ein Geheimnis haben, dann sollen wir auch daran denken, dass jetzt kommt das ins Tageslicht. Also das sollen wir auch berücksichtigen, das unseren Geheimnisse nicht weiter erzählen, weil es besteht gerade die Gefahr, dass veröffentlicht wird. Diese Tagesenergie beeinflusst unserem Leben. Das ist wie eine Art Orakel, was die Taro-Karten uns vermitteln. Aber es ist allgemein. Möchten Sie gerne wissen, in welchem Energiefeld Sie gerade befinden? Und wie geht es weiter? Was soll der nächste Schritt sein? Oder haben Sie schon die Entscheidung getroffen und brauchen Sie eine Bestätigung? Dazu empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Sie beschreiben Ihre Lebenssituation. Sie können auch ausführlich berichten. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails persönlich blitzschnell. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medicin. Dendera 2 3 3 4 4 5 5 5 6 10 14